Liebes Medienboard, er ist wieder da und wollte sich kurz bedanken. Liebes Medienboard, liebe Volksgenossen, ich danke für Ihre Unterstützung. Mit Ihrer Hilfe komme ich wieder ganz nach vorn. 800.000 ist nichts, beim nächsten Mal sind es 1,6 Millionen. Oder 3,8. Oder 7,2. Nein, nein, das ist schon wirklich toll. Danke. 15. 20. Nur für mich. Danke. Danke. Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur, wenn Sie wollen. Deutschland, ich liebe dich! So brav. Gehen Sie das den Weg! Darf man das? Man darf nicht nur, man muss. Ist das schön. Darf ich dann? Vielen Dank.